so ein wunderschöner herzlich willkommen zu meintest creative server let's play mal applikatorisch gucken ob die aufnahme alles klappt so ein wunderschöner bisschen leise aber das liegt an der aufnahme so eine losstecke ok so dann wollen wir mal wir haben gerade die oberdecke vom hotel abgeschlossen so weit ist mir meine erinnerungen ansonsten sind wir jetzt mit der mine auch fertig das heißt die einzigen bei baustellen sind derzeit das hotel und der leuchtturm ok ich würde aber auch gerne am liebsten mal in der höhle gehen nach 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 fahrt weiter suchen weil ganz ehrlich da werden wir eine weile suchen wahrscheinlich noch weiter suchen und so genau hier waren wir fertig mit dem dach dann würde ich das erst mal so wie das ist erst mal stehen lassen später kommen noch die balkons außen dran und die treppe hier noch rein aber wie sagt das hat zeit das können wir auch später noch machen von daher würde ich jetzt sagen wir gehen tatsächlich einfach mal in die höhle dann lag ich aber erst mal ein bisschen scheiße aus beziehungsweise ich lage das in die tasche das kann weg das kann weg ach so kann ich nicht halt gold kommt ja in unsere edelmetall kiste denn einen höheren stellwert als das andere edelmetall hat das für uns auch nicht höhe obwohl kohle kann ich bitte mitnehmen vier fackeln ich meine wir haben zwar noch 100 fackeln aber also ne mehr als 100 aber sicher ist sicher so dann brauchen wir auf jeden fall und damit meine ich auch wirklich auf aller jeden fall ich meine wir haben 17 dabei also spitzhacken sollte kein problem sein aber vielleicht alter kann man bitte erstmal das scheißen hier weg danke so genau so kann in die kiste auch du rein und du rein so was ich vielleicht noch mitnehmen würde wäre das seil verpflegung kampfer da nehme ich aber hier nochmal ein schwupp mit so und dann würde ich mal sagen gehen wir einfach mal unverhofft in die Höhle schlager die räume oh 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 da kam das aber mit dem da nicht hinterher interesting oh oh gut geschätzt sehr schön Da sind wir wieder, Inselhut, meine lieben Damen und Herren. So, okay, ähm, na, ich weiß nicht, ich würde halt am liebsten noch tiefer gehen, weil ich persönlich mache es immer so, wenn ich Material wirklich explizit suche, dann grabe ich mich so lange nach unten, bis ich auf dieses Material stoße und breite mich dann erst in die Breite aus. Das Problem ist, das kann halt relativ lange dauern, ab und zu, was natürlich für mich kein Problem ist, aber hier im Let's Play, andererseits ist es fast egal, ob wir mehrere Folgen damit verbrauchen, nach unten zu graben, oder damit zu verbrauchen, hier in die Höhle zu graben, aber ganz ehrlich, wir haben die schon soweit ausgeleuchtet und noch kein Sulfat gefunden. Ich bezweifle einfach mal, dass wir auf der Höhle schon Sulfat finden. Das hier ist etwas anderes, das ist wahrscheinlich wieder, äh, na hier Silber, nein, nicht Silber, ähm, ähm, wie ist das Zeug? Doch, Silber. Ach, nee, das war sogar Chrom, oh mein Gott. Silber und Gold. Ich weiß halt, wie gesagt, auch nicht, wie Sulfat aussieht, ne? Das ist halt das Problem. Das ist auf jeden Fall Eisen. Ja, holle die Wattfee. Darum ist der Fackel von unserer alten, ähm, Nyan Katzen Expedition. Oh, das ist Kupfer, das sieht aus wie Zinn, äh, okay, war Silber. Wiest du, so leicht kann man sich irren. Vielleicht ist das ja auch kein Kupfer, sondern Sulfat. Nope, war doch Kupfer. Tja, ich bin gerade echt ein bisschen überlegen. Obf ich, wie gesagt, doch einfach in die Höhle, also, äh, weiter in die Tiefe bauen. Einfach schaffst du zu fahren, einfach, äh, ja, because we can. Einfach, weil wir es können. Ja, schon mal ein bisschen Mese gefunden. Sehr schön, wir sind jetzt etwas, was wir noch brauchen. Liebsten Mese brauchen wir auch noch ein bisschen mehr für den Leuchtturm. Der ist oben für das Leuchtelement. Das will ich dann mit Mese-Lampe, also mit einer Mese-Lampe machen und, naja, für eine Mese-Lampe brauchst du halt Mese. Ich weiß jetzt gerade nicht viel, aber auf jeden Fall ein bisschen. Aber wahrscheinlich pro Block ein so ein Mese-Kristall. Äh, Mese-Lampe, das ist das Ding hier. Genau. Einmal Glas und ein Mese-Kristall. Boah, Alter. Ja, schön viel, was auch immer das nochmal ist. Irgendwas, was wir brauchten. Ach genau, Zink. Ja, da war ja was, genau. Bei Zink hatten wir auch eine Mangelerscheinung, wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, wie viel wir jetzt gerade haben. Der haben wir ein bisschen gesammelt mittlerweile. Vielleicht haben wir davon gar nicht mehr so wenig. Das ist auch noch welches. Oh, oh, achso, schade. Das ist gerade Uran, aber nee, ist bloß Rainbow. Siehst du, Uran haben wir auch noch keines gefunden. Also, ich glaube mal, echt, wir müssen noch eine... Scheiße, komm ich da nicht rein? Geht doch. Äh, ich glaube, wir müssen definitiv noch weiter runter. Eben, Uran fehlt ja auch noch. Und es fehlen sowieso noch so manche Sachen, oder? Wir haben bei weitem noch nicht alles gefunden, was es gibt. So, das ist aber gerade Zink, oder? Genau. Äh, Mann, also Zinn. Das, was du brauchst für Bronze. Ja. Also, in der Ecke finden wir zumindest ein bisschen ein paar schön, noch so Rohstoffe. Und jetzt auch wieder welches. Oh, sogar mehrere. Alter, was ist denn hier? Was ist das hier gerade für eine Ecke? Die Ecke hier gerade gefällt mir. Alter, was ist denn hier los? Vor allem, hier gibt es eine kleinere Höhle, kann das sein? Okay, ich glaube, bei dem Bereich gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Das sieht mir gerade missinteressant aus. Da ist halt die große Haupthöhle, und hier scheint es irgendwie noch in so eine Seitenhöhle zu gehen. Mit richtig schön viel Zink. Was ich schon arschgeil finde. Also, egal, ob wir bis jetzt noch einen Zinkmangel hatten, jetzt haben wir auf jeden Fall keinen mehr. Na gut, Eisen haben wir sowieso keinen Mangel. Bei Eisen haben wir mehr als genug. Von daher lasse ich das Eisen einfach mal liegen. So, Spitzhacko Nr. 1 ist weg. 1, 2, lecken. Oh, so. Ah Mist, war auch wieder Zinn. Zinn brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Wobei, doch, wir haben in letzter Zeit sehr viel Kupfer eingesammelt, aber keinen Zinn. Das heißt, für den Fall, dass wir Bronze brauchen, wobei eigentlich, für was brauchen wir Bronze? Gibt's irgendwas, was Bronze braucht? Nee, ne? Eigentlich ist Bronze relativ useless. Ich kann mal jetzt jetzt gucken. Nee, das schon mal nicht. Mischmetallbarren. Loll. Edelstahl, Bronzebarren und Zinnbarren. Okay. Oh, für ein Fernglas. Oh, wir können Fernglas bauen. Oh, wir können ein Fernglas bauen. Ja, holy shit, warum sagt mir das eigentlich keiner? So, jetzt bin ich mal ein bisschen gespannt. Das ist ein bisschen ein gemischbarer Verbundplatte. Wow. Hat genau einen Verwendungszweck. Äh, gut, okay. Nee. Brauchen wir nicht. Dann definitiv nicht. Aber ein Fernglas wäre halt schon geil. Und schwarzes Glas haben wir ja noch in den Kisten. Auf jeden Fall können wir uns schwarzes Glas halt relativ easy machen. Das war ja relativ preiswert. Aber wie gesagt, eigentlich haben wir davon sogar noch welches. Okay, ja, es ist hier definitiv eine kleine Röhle. Hier geht es schon wieder hoch. Aber dennoch gar nicht mal so schlecht. Vor allem auch hier wieder Kupfer. Wobei, wie gesagt, Kupfer brauchen wir jetzt gar nicht mehr so sehr. Da haben wir schon mehr als genug. Aber ich habe da oben auch irgendwo Zink gesehen. Oder von oben irgendwo Zink gesehen. Wo war das? Oh, nee. Dann habe ich mich nur verguckt. Na gut. Kann ja mal passieren. So, hier ist dieses komische Blei. Komisch natürlich nicht drauf. Oh, jetzt spiele ich das Gold. Oh, jetzt noch eine Höhle. Okay. Ich mache mal die Fackel. Die Fackel mache ich mal da so hin. Du kommst weg. Bisschenweise kann ich da hin machen. Dann kommt mal das ganze Gold hier weg. Und dann schlage ich in meinen Durchbruch. So. Eine richtig schöne kleine Sitzelhöhle. Also eine ganz normale Höhle, ne? Auch keine Riesenhöhle. Aber hier gibt es auch nicht so viele Sachen, die jetzt irgendwie geil wären oder so. Und dann gehen wir mal wieder raus, beziehungsweise gucken wir mal in die andere Richtung. Ach komm. Gold haben wir mittlerweile auch mehr als genug. Da brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt jedes bisschen mitnehmen. Okay, wo geht es denn hier lang, bitte? Hmm. Okay. Na, meinetwegen. Gucken wir hier mal weiter. Okay, hier endet es auch schon. Na gut, schade. Ist das das Kupfer, ne? Ja, doch das Kupfer. Schade. Okay, ich habe entschieden, wir graben unseren Abstieg noch weiter nach unten. Weil wir sagen, wir fehlen uns hier noch so einige Sachen. Ne, geht das überhaupt nicht? Zink haben wir, aber hier Uran fehlt. Gut, Uran brauchen wir auch nicht, aber das Wichtigste ist halt Sulfat. Tja, oder wir brauchen es auch ein Atomkraftwerk. Ich meine ganz ehrlich, why not? Dass ich die Suche nach Uran, äh, nach Sulfat so schwer, äh, oder als so schwer herausstellen würde, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich dachte, das wird so ein easy peasy Ding. Naja, hart getäuscht. So, dann fahren wir mal unseren beleuchteten Weg. Nach Hause. Oder zumindest zum Eingang. Übrigens gucken, ob, äh, Kies fest ist, während man drüber läuft. Ist eine schlechte Idee. Wie ich gerade darauf komme, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich wollte es irgendwie nur gerade gesagt haben. Ähm, ja. Achso. Da auch drin, dass wir keine Mini-Höhle. Jo, dann tun wir mal das, wofür wir bestimmt sind und graben nach unten. Weiter. Wo ist die Treppe? Hä? Nicht hier falsch? Geht's noch weiter? Geht das hier noch weiter? Ja, tatsächlich. Gut, dann, ähm... Oh, let's go. Jetzt habe ich aber die Lettern rausgepackt, kann das sein? Ach, ich bin doch bescheuert. Ah, haben wir Holz dabei? Nein, komm, blöck da. Nee, natürlich nicht. Ach, komm, her damit. So. Perfekt. Okay, dann du bitte hier wieder runter. Okay. Dann du bitte hier wieder runter. Weißt du, eigentlich könnten wir natürlich auch, wenn wir gerade schon mal dabei sind, ich gehe mal hoch. Äh, quasi hier unten haben wir noch eine untere Ebene. Ist ja quasi hier so eine fliegende Ebene. Können wir quasi hier unten auch noch einen Eingang, also mit uns da, äh, ich zeige es Ihnen, wenn es weit ist. Bin gerade immer klein, eher schlecht, weil ich, ja, baum. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Ihr werdet alle sehen, was ihr davon habt. Oh, was ist denn hier los? Oh, ja, siehst du, bietet es sich sogar richtig gut an, weil es ist ja sowieso Durchbruch. Ha, genau das wollte ich quasi machen. Ein Durchbruch zu unserer, ähm, Plattform. Nichts ahnend, dass es sowieso schon, äh, so funktionieren würde. Na gut, äh, den Sand mache ich immer weg. So, hatten wir hier Fußabdreter, schön Zuckerland. Und wir können jetzt hier weiter nach unten bauen. Sehr schön. So. Wir haben keine Schuppe dabei, oder? Ne, haben wir nicht. Ne, so. Ne, wir haben mal eine Schuppe, pack die da hin. Diese beiden Replacement-Dinger brauchen wir auch nicht. Das heißt, wir nehmen unseren Backpack. Dich, dich und dich packen wir mal weg. Döde auch. Sehr schön. So, dann geht's weiter. Bin ich jetzt hier richtig? Nein. So rum. So bin ich richtig. So. Oh, welch schöner Mien-Schacht. Dann connecten wir mal zu denen und gucken gleich mal, ob da was Schönes drin ist. Ich meine, so wie ich mein Glück kenne, garantiert nicht. Aber, wir können ja mal schauen. Vielleicht sogar Sulfat, aber das ist hier Kupfer. Kann ich mal verzwecken, das Ding. Kann das sein? Okay. Na, ist bloß Kupfer. Alles, was ich möchte, ist ein bisschen Sulfat. Warum gibt's hier kein Sulfat? Oh, was ist Kupfer? Ach man, du. Hier wird es dunkel. Und dann jetzt auch schon. Ha. Tja, aber hier gibt es ja keine Kisten drin. Kann das sein? Ihr glaubt, diese Höhle macht uns echt gar nicht. Okay, kein Bock mehr. Tschüss, ich gehe nach Hause. Beziehungsweise wir kramen uns weiter nach unten. So. Da, ach so, am besten erst mal nächste Folge. Also, machen wir jetzt nochmal weiter, weil die Folge, wir haben mittlerweile garantiert schon eine halbe Stunde. Oder? Nein. Ach, ich weiß immer nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich sollte mir mal merken, mal angewöhnen, um die Uhrzeit zu merken. Oh ja, man merkt. Oh doch, geht. Okay, gut. Okay, gut. Ähm, äh, schreit vor. Oder so ähnlich, oder irgendwie so. Tschö.